So, mal gucken, was so in der Glotze kommt. Scheiße. Scheiße. Oh, Teleshopping. Alter, das muss ich haben. Oh, geil. Das ist mein Paket. Hallo. Hallo, ihr Paket für deinen Unterschied. Super. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Geil, Alter. Fett. Gleich ist es soweit. Oh, Scheiße. Fett. So. Jetzt bin ich gespannt. Ein Stück Holz. Und es ist kaputt. Geil, Mann. Verhalten das so! Geiler Typ, Mann. Geiler Typ. Oh Gott, fuck, scheiße, es tut mir echt leid, Alter, ohne Witz. Wollen wir mal vielleicht irgendwie was zusammen essen gehen oder so? Und seit diesem Ereignis leben sie glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Tage. Und es ist kaputt. Oh Gott. Oh, mein Handy, spinnst du? Oh, geil. Ein neuer Tag bricht an. Oh, für die Arbeit. Juhu. Oh, Gott. Oh. Oh. Und Scheiße, fuck gleich ab, ich hab den Scheiße, Scheiße. fertig Klaus-Jürgen, komm mal bitte kurz Ja, was ist denn los? Hock dich einfach auf die Couch Was gibt's? Also deine Mutter und ich Du weißt Bescheid, wir sind dieses Wochenende nicht da Ja Wir möchten bitte, also Geld haben wir dir hingelegt Und Essen ist im Kühlschrank Aber mach keinen Unfug Wir wollen es bloß nochmal gesagt haben Ich kaufe höchstens ein paar Süßigkeiten oder was Okay, du bist wirklich ein braver Junge Ich weiß Könnt ihr euch auf mich verlassen, ich mach dir schon So, das ist Parados Flips und Chips Und was braucht ihr euch mehr? Bier So, noch ein bisschen Schnaps Für später Oh, die werden staunen, wenn die kommen Digga, was ist der erste? Du bist der erste, Mann, du bist der erste Nice, bin ich der erste Geil Trägt mal schon mal was, Mann Ja, mach mal Geil Du bist der erste, Mann Bis zum nächsten Mal.